Ich bin dann mal hier am Aufzug. Okay, dann müssen wir jetzt zur Bank und dieses Ding da erstellen und dann in die Mitte fahren. Genau. Richtig. Wäre jetzt zumindest meine Vermutung, dass wir das hier in der Mitte irgendwie einsetzen müssen. Äh, wo ist wieder einer? Wo ist einer? Ich habe ihn irgendwo durchbrechen hören. Boah, diese Musik. Äh, die macht mich wahnsinnig. Die macht mich aggressiv. Ich guck hier rüber, du guckst da rüber. Also hier ist gerade keiner. Ja, gerade. Aber pass mal auf, kommen, sind wir an der Bank? Schon geht's rund. Herstellen. Habe ich auch gerade gedrückt. Äh, okay. Haben wir's jetzt? Hast du was? Ich hab nichts bekommen, aber Ziel hinzugefügt. Ich auch nicht, aber... Oh, hier liegt noch irgendwas. Hier war bei mir noch was gelegen. Ich weiß aber nicht, ob ich einfach vorne noch nicht mitgenommen habe. War, glaube ich, ein Medipack oder sowas. Nee, da habe ich alles mitgenommen. Wir können... Gut. Und ich glaube nicht, dass das Einbauen so einfach sein wird. Wahrscheinlich wieder irgendein kleines Minispiel, oder? Oder auch nicht. Schade. Hatte mich so drauf gefreut nach dem letzten Mal. Okay. Äh... Oder doch. Einsetzen. Hey, das hat funktioniert. Ich kann die Shuttle-Anzeigen sehen. Moment, ich versuche es zu starten. Oh, okay. Ich habe keinen Treibstoff mehr. Betanken. Auf der oberen Etage sollte eine Tankstation sein. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Okay, ich ziehe los und betanke das Shuttle. Danach können wir einen Neustart probieren. Das klingt doch total vertrauenserweckend und großartig. Finde ich auch. Wohin? Da hoch wieder. Na ja, bis das mal los geht. Echt jetzt? Müssen wir wieder hier runter? Bleibt ja nichts anderes über. Und schon wieder diese Musik hier. Jaja, das ist ja die ganze Zeit jetzt. Jetzt nicht mehr bei mir, aber... Ich will raus. Da kommt eins. Also diese Stase ist richtig gut. Die muss ich auf jeden Fall noch weiter ausbauen. Uh, Rotlichtmilieu. Na, du hast ja auch so ein tolles rotes Visier. Das passt zu dir. Ja, ich mag das. Was sich reimt, ist gut. Das hat schon der Pumuckel gewusst. So, haben wir denn hier... Ist... Nichts. Das ist... Wenig. Naja, lauf du mal vor. Wie gewöhnlich. Hier ist ein Aufzug. Oh shit. Ach, du mal wieder. Da oben kommt noch einer. So ein komisches, großes Viech. Uh. Schatz auf dich, ich hab' gesehen. Jetzt nicht mehr. Oh, jetzt nicht mehr. Jetzt ist es hinter dir. Oh scheiße, hinter mir kommt auch noch einer. Ich kann mich gerade nicht um dich kümmern. Also ich hab' bei mir schon aufgeruht. Das ist super. Ich gerade auch bei mir. So. Und so. Und hier ist noch ein bisschen Altmetall. Hier liegt nix mehr. Gut. So, wir sollen... Ne, wir sollen wieder zurück. Ja, ich bin da nur rüber gelaufen. Wir müssen zu diesem... Aufzug. Aufzug wieder. Ich bin da rüber gelaufen, um zu sehen, ob's da was gibt. Ja, da gab es auch was. Nämlich Gegner. Juhuuiuiuiuiuiui. Okay, ja. Das sieht man wieder nach Sammel. Ja, oder so. Ähm... Was haben wir hier? Halten. Halten. Wollen wir das? Ich halte und halte und halte. Okay. Ziel hinzugefügt. Was war das jetzt? Die Kraftstoffdüse anbringen. Ah ja, das sieht ja sehr stylisch aus. Aber hier hinten sind noch einige... Spinde, die man durchsuchen kann. Juhuuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Platine da gesehen? Äh, die hast du mit eingesammelt. Also für uns beide. Achso, okay. Wenn du das sagst. Oh, was hat man denn hier noch Schönes? Ich weiß nicht, ob ich hier runter möchte. Manuelle? Manuelle Verbindung benötigt. Äh, was brauchen wir denn? Gute Frage, aber da müssen wir hin. Ah. Achso. Okay. Muss ich wieder noch irgendwas machen? Ey, keine Ahnung, ich krieg nicht weiter runter. Warte mal. Ich. Nee, in Gebrauch. Oh, ich muss dich verteidigen. Au. Okay, du musst halten. Ey, du hast keinen Kopf mehr. Wieso läufst du noch? Ich sehe, auf meinem Rücken sieht es nicht gut aus. Ah, kacke. Aua. Ja. Entschuldigung. Bitteschön. Na, jetzt. Ey, wieso? Wieso kann ich dir nicht helfen? Und wieso? Äh? Ach, Gott. Bleibst du von alleine unten? Die Kraftstoffdüse lösen, sagt er mir. Okay. Haben wir es? Schaut so aus, wir sollen jetzt wieder zurück. Ja, im Verteidigen bin ich dich gerade groß. Ah. Womps. Noch, äh. Okay. Boah, meine Fresse. Bis jetzt geht das auch. Alles. Tja, höh, höh, höh. Naja, geht so. Ähm. Nee, wir sollen hier hin. Wir müssen nochmal halten, wahrscheinlich. Okay, der Tag ist voll. Versuch's nochmal. Was? Schon besser. Okay, ich versuche, den Shuttle-Antrieb testweise zu zünden. Die Entdeckung, es könnte heiß werden. So, ich dachte, wir müssen den Scheiß jetzt nochmal machen. Weil sie gerade sagte, sie probiert es nochmal. Welche uralte Technik, die taucht rein. Oh Gott. Äh, Isaac, ich habe, glaube ich, gerade die Startsequenz initiiert und weiß nicht, wie ich sie wieder stoppe. Du hast was? Los, verschwinde da, bevor du gerüstet wirst. Ähm. Danke. Willst du das Gespräch? Ja. Knuspriger Isaac am Spieß. Ich sehe nichts mehr. Oh, scheiße. Ey, die müssen doch verbrennen, das geht doch gar nicht. Ach du, oh nein. Und vor allem, wo sollen wir hin? Ich glaube, ich weiß wo. Das hier hört manchmal auf. Okay, jetzt lauf, 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 lauf. So, Achtung. Von hinten kommt keiner. Aber von vorne. Aber von vorne. Oh nein, da ist schon wieder so ein Vieh, das nicht tot geht. Ey, du lebst noch? Danke, dass du mich wieder geklärt hast, du blödes Mistvieh. Immer wenn ich von solchen... So, bitteschön. Jetzt. Das gibt's doch gar nicht. Der lebt noch, der hackt die ganze Zeit auf mir rum. Jetzt hörst du mal auf, da. Jetzt hab ich keinen Medipack mehr. Ah, da liegt eins. Äh. Moment. Oh, ich hab auch nur noch eins. Oh Gott, ich bin... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Lebst du? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Nein. Oh, scheiße. Ich dachte, ich pack's noch. Verdammt. 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 Oh, Kacke. Bist du gerüstet worden? Ja. Ich hab sie gar nicht gesehen. Oh, shit. Okay, aber jetzt wissen wir ja wenigstens, was auf uns zukommt. Ist sie wurde gerüstet. Okay. Dann erst mal... Hier, hier. Ach, wie süß. Okay, okay, über. Gut. Ich hab schon mal einen Abgang durch die Mitte gemacht. Ach, Sturm. Ah, ich will runter! Ich will runter! Ich will runter! Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Boah! Also nicht sofort durchstürmen und rausrennen, wenn du... Weil... äh... Wohin? Ja, gute Frage! Hinter uns, hinter uns, hinter uns! Ah, dass wir da jetzt müssen, Viech! So müssen wir uns den Aufzug holen! Das ist super! Wäre er erster, erster! Komm schon! So, ich glaube, ich habe gerade mein letztes Medi-Pack verbraucht. Ja, ich habe... Zwei hätte ich noch. Okay, sag mal eins, wenn mein Leben nicht... Ja, ganz so dreckig. Äh, wohin? Darüber! Ah! Ich bin so doof! Es tut mir leid! Scheiße! Ich bin aber auch fast reingerannt. Fuck! Ich wollte doch nur so schnell wie möglich zum Aufzug. Aber das war eine ganz schlechte Idee. Oh nö, es tut mir leid. Und wieder alles von vorne! Juhu! Okay, jetzt Konzentration! Irgendwann schaffen wir es dann auch noch mit Augen zu. Okay, ich mach dir oben zu! Nein! Ich kann nicht hinkucken! Ich habe gerade eine Rolle gemacht! Wie habe ich denn das gemacht? Wahrscheinlich bist du gelaufen und hast springen gedrückt oder ich habe keine Ahnung. Ich kann ein cooles Stückchen! Schau! So, ich will wenigstens, dass er nicht mehr laufen kann! Oh jetzt! Okay, okay! Ey! Ey! Runter! 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 Los! Ab! Ab! Eins, zwei! Links, zwei! Links, zwei! Bitte die Startkammer vollständig räumen! Bitte die Startkammer vollständig räumen! Bitte die Startkammer vollständig räumen! Okay, jetzt kommt hier wieder Feuer! Genau! Hallo! Danke! Jetzt... Achtung, der kommt jetzt von da unten irgendwo, glaube ich, wieder? Na, los! Ruf den Aufzug hier! Da unten kommt er! Aufzug ist da! Ja! Ich komme! So, jetzt nicht gleich wieder losrennen! Bist du da? Ich sehe dich nicht statt! Ja, ich bin da! Ich stehe hinter dir! Möchte ich nicht unbedingt loswollen! Das ist total nett von dir! Okay! So, hier kam es raus, oder? Ja! Hinter uns, hinter uns ist noch einer! Frei! Da ist er wieder! Äh, Moment! Verriegelt? Wieso verriegelt? Wo? Ah, ah! Die Gondel! Genau! Mal gucken, dass er jetzt kommt! Oh, da kommt er schon wieder! Ja! Ja! Immer auf mich! Immer auf die Kleinen! Ich komme hier nicht durch! So, jetzt! Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt! Das Schleusentor klemmt! Wenn der Shuttle startet, bevor es sich öffnet! Verdammt! Okay, ich sehe mir den Antrieb an! Oh, nee! Jetzt auch noch was reparieren, ey! Ihr habt doch einen Arsch offen! Achtung, hinter uns! Oh! So, fahr! Oh, fuck, ey! Ich habe keinen Minipack mehr, oder? Nee! Scheiße! Doch, ich hatte... Hier, ich habe dir eins gegeben! Dankeschön! Bitteschön! Oh, man! Hinter uns! Mach, mach, mach die Tür! Komm schon, komm schon! Go, go, go! Oh, man! Was denn? Oh, scheiße! Ich bin immer unsympathischer hier! Und hier gäbe es noch Spinde zum Hüften! Ja, los! Mach Aufzug! Rufen! Hallo? Komm! Drück irgendwas! Ich bin elektrisiert! Puh! Boah! Ich hoffe! Meine Fresse, ey! Leck mich alles! Oh, Mann! Teilen!